Jetzt soll ich ein bisschen Kondi machen. Ich mache ein bisschen Krafttraining. Eigentlich ist es nicht nur für die Fettkampfwoche, aber auch für mich persönlich immer fit zu sein. Und egal wo ich bin, ich habe immer ein bisschen Kondi zu machen. So bin ich fit für die ganze Welt. Ich tue ganz viel, trotzdem Springseide und sonst laufe ich viel. Jetzt werde ich Lila vermachen. Hörst du immer Musik zum Training? Ja, auch wenn es Musik gibt ins Fitness, ich habe gerne meine eigene Musik. Danke, dass du mir gefolgt hast auf diese Training Session. Und jetzt geht es los in die Halle. Wir sollen unser erstes Training machen und ich freue mich sehr zu spüren, wie es geht hier in Helsingborg. Und nicht vergessen, Support the Swiss. Hashtag auf Twitter Kapitel S, Kapitel T und Kapitel S für Support the Swiss. Gut.